In der heutigen Episode erzähle ich dir einiges über das Thema E-Learning und insbesondere Online-Kurse, Online-Trainings. Los geht's! Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Digital Scout und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Heute dreht es sich um das Thema E-Learning und zwar möchte ich erstmal mit so Begriffen, die da häufig synonym benutzt werden, die einfach mal aufzeigen und mal schauen, welche du darunter schon kennst. Selbstlernkurs, ein Tutorial-Kurs, ein Online-Seminar, eine Online-Ausbildung, ein E-Training, ein Gruppenkurs und zwar einmal in der Asynchron-Variante. Asynchron bedeutet, dass die Teilnehmer das zu unterschiedlichen Zeitpunkten absolvieren können oder sich anschauen können. Und da gibt es einmal E-Mail-Kurse, Video-Kurse, Audio-Kurse. Es gibt auch reine Textdateien, die verschickt werden oder so einen PDF-Kurs. Dann gibt es Synchron. Synchron heißt, alle sind gleichzeitig an einem Ort. Das sind zum Beispiel bei Webinaren, wenn sie live stattfinden und Online-Workshops zum Beispiel, Live-Workshop-Reihe, Mastermind-Programme, virtuelle Kleingruppenprogramme zählen auch zu dem E-Learning, ein Einzelkurs mit E-Mail-Begleitung oder mit einer Video-Begleitung oder mit einer Audio-Begleitung, Ein-Einzel-Coaching-Programm. Das sind alles Begriffe, die draußen zu finden sind. Und das ist mit Sicherheit noch nicht alles gewesen, aber das sind die, die ich ganz häufig auch höre. Und worum geht es eigentlich beim E-Learning? Beim E-Learning geht es darum, um die Kompetenzentwicklung. Es geht um die Karriereentwicklung oder um die Persönlichkeitsentwicklung. E-Learning ist eine digitale Wissensvermittlung. Und somit ein digitales Produkt auch. Und ich habe mich jetzt mal so, ja, ich habe mich jetzt entschieden, dir auch mal über diese klassischen Online-Kurse was zu sagen. Und zwar wollte ich mit den Vorurteilen bei klassischen Online-Kursen, die vielleicht auch du hast und von denen einige auch ich habe und von denen ich auch einige gefunden habe. Und meistens sind es zu viele Teilnehmer. Und das sind so typische Online-Kurs-Themen wie Sichtbarkeit, schneller, höher, weiter, reich in x Tagen als Beispiel. Oder ich zeige dir blub, blub, blub. Oder raus aus der Geldfalle oder raus aus der 9-to-5-Falle. Selbstdarstellung ganz oft. Alles rund ums Thema Verkaufen, Marketing, auch Online-Marketing oder gerade Online-Marketing. Die Erstellung von Online-Kursen, von Podcasts, von Videos, von irgendetwas anderem. Du kannst da alles Mögliche reinpacken und wahrscheinlich fällt dir jetzt auch noch ganz, ganz viel ein, was so typische Online-Kurs-Themen sind. Ein weiteres Vorurteil ist, dass es Retorte ist. Es ist nichts Neues, alter Käse und viele Teilnehmer fühlen sich alleine gelassen. Und wie startet denn meistens so ein klassischer Online-Kurs? Typischerweise startet so ein klassischer Online-Kurs so, in dem ein Massenverkaufswebinar stattfindet. Und von vielen, mit denen ich gesprochen habe, höre ich dann immer, boah nee, also weißt du, ich gucke mir das gar nicht mehr an, weil am Ende wird ja doch immer nur verkauft. Und da sage ich gleich auch nochmal was zu. Oder es wird eine 5-Tage-Challenge eingerufen oder 6-Tage-Challenge, eine 3-Tage-Challenge, egal wie. Es gibt ein Freebie und danach wird der Pitch am Ende gemacht. Oder ein kostenloses Webinar, eine kostenlose Webinar-Reihe. Ein kostenloses Vorgespräch, ein Strategiegespräch oder ein kostenfreier Online-Kongress. Oder was auch in den Sommermonaten ganz häufig ist. Ich biete dir meinen 4-Wochen-Online-Kurs an und du kriegst ganz viel Content von mir und dann erfolgt am Ende der Pitch. Bitte verstehe mich nicht falsch. Pitchen ist gut. Und es kommt immer darauf an, wie ich pitche. Also wie ich am Ende den Verkaufsprozess starte. Und ich kann viele verstehen, dass sie sagen, nee, also ich schalte dann ab. Wenn man das auf eine charmante Art und Weise macht, da werde ich auch nochmal eine der nächsten Podcast-Episoden rein, ja, die Möglichkeiten auch aufzeigen einfach. Wie du es vielleicht eleganter auch für dich hinkriegst. Dann schauen wir einfach mal, was ist dein Weg? Du musst nicht diese aggressive, hier, da, mein Kurs, bitte. Aber es ist auch gar nicht verkehrt, denn viele Leute liefern Content, ganz, ganz viel Content, ganz, ganz viel Content in ihren Webinaren. Und ich habe da gerade eine Kollegin im Kopf, die macht ganz tolle Webinare. Die sind didaktisch total toll, die sind methodisch total toll und ich nehme so viel mit von dieser Kollegin. Aber bei ihr zum Beispiel fehlt mir am Ende, dass sie verkauft. Denn ich möchte hier auch was zurückgeben und das möchte ich dir auch mal mitgeben auf dem Weg. Es ist ja nicht nur so, dass wir, dass Pitchen immer falsch ist oder es ist auch nicht immer so, dass Verkaufen falsch ist. Nein, im Gegenteil. Wir alle können, dürfen, müssen, sollen uns verkaufen. Es kommt auf die Art und Weise an, wie verkauft wird. Und bei der Kollegin wünschte ich mir manchmal, sie würde etwas, ja, einfach etwas mehr verkaufen. Auch in ihrem Prozess. Aber das ist etwas, das muss sie selber für sich entscheiden. Was ein Vorurteil noch ist von vielen Teilnehmern, dass sie sich am Ende ausfühlen, ja, fühlen wie eine ausgepresste Zitrone. So richtig, oder es hat gequietscht. Und am Ende bleibt ein enttäuschter Mensch zurück. Ich weiß nicht, wie auf dir das schon passiert ist. Mir ist das, seitdem ich meine Füße, seit 2014 mache ich das ja, eingetaucht habe, habe ich ganz viel Geld. Das habe ich ja schon mal in den vorherigen Podcast-Episoden gesagt. Ganz, ganz viel Geld. Auch verbrannt einfach. Und ich habe mich hinterher auch maßlos geärgert. Oder ich habe mich auch gefühlt wie eine Zitrone, die dann da übrig geblieben ist. Auch so labberig, schlapp, ausgelaugt und irgendwie, ja, nicht so, ja, nicht so, wie ich mich hätte eigentlich fühlen wollen. Und ganz oft ist es auch so, dass sich viele verloren fühlen im Kurs und deswegen das als Vorurteil gegenüber Online-Kursen sagen. Und die Individualität spielt oftmals keine Rolle, denn wann soll sie eine Rolle spielen? Wenn das bei diesen klassischen Online-Kursen, die ich jetzt gerade auch im Kopf habe und vielleicht schwebt dir sowas auch vor, ist das ein Selbstlernkurs. Und da kann die Individualität nicht wirklich bedient werden. Die bleibt auf der Strecke. Oder aber, und das habe ich mir jetzt für meinen Zoom-Kurs auch überlegt, oder aber ich baue Elemente ein, wo die Individualität doch eine Rolle spielt. Und ich zeige dir nachher auch noch ein Beispiel, was man alles reinpacken kann in sowas. Ein weiterer Vorurteil auf jeden Fall gegen diese klassischen Online-Kurse ist, hey, die sind schnell gestrickt worden mit der heißen Nadel. Und ja, der Eindruck wird oftmals sogar bestätigt. Aus meiner Sicht fehlt ganz oft die Didaktik. Und was auch ganz oft fehlt, ist die Methodik. Sie wird noch nicht mehr erklärt. Und ich kann viele Kollegen auch verstehen, weil Methodik und Didaktik, das hat etwas damit zu tun, dass ich mich mit dem Thema schon mal beschäftigt habe. Dass ich das auch vermitteln kann. Und Trainerberater und Coaches können das halt schon mal ein Stück weit besser, weil sie es auch gelernt haben in ihren Ausbildungen. Gerade Trainer. Und von daher finde ich das ganz oft schade. Und was mir auch aufgefallen ist bei diesen klassischen Online-Kursen, die Teilnehmer werden überhaupt nicht abgeholt. Da sage ich dir gleich auch nochmal was zu. Und ein weiteres Vorurteil gegenüber, oder den klassischen Online-Kursen gegenüber ist so, das ist die eierlegende Wollmichsau. Na, es bedarf überhaupt keiner Arbeit. Oder so ein mäßiges Konzept, wenn überhaupt eins erstellt wird. Hey, du hast einfach ein Thema, was dich interessiert. Komm dann, mach einen Kurs raus, hau ihn raus und schon geht's los. Und dann verdienst du Schweinegeld. So wird's ja ganz oft da draußen verkauft. Doch die Wirkung des Kurses ist Fehlanzeige. Also hinterlasse ich wieder einen enttäuschten Menschen. Und so das Buzzword Nachhaltigkeit findet, jetzt ehrlich, beim klassischen Online-Kurs doch nur bei wem statt? Genau, bei demjenigen, der es produziert. Denn der hat das Geld gekriegt und vielen ist danach egal, ob du da in die Umsetzung kommst, ob der Kurs irgendwas gebracht hat. Manche sagen es auch vordergründig so, ja, das interessiert mich total. Und im Endeffekt hast du aber den Eindruck, es interessiert sie doch nicht. Und das finde ich sehr schade. Und wenn das Geld nur im Portemonnaie des Verkäufers landet und für mich aber am Ende nichts dabei rumkommt, dann bin ich enttäuscht. Und was noch viel schlimmer ist, ich kaufe da nicht mehr. Und was auch noch mal schlimmer ist für denjenigen, ich empfehle ihm einfach nicht weiter. Und was auch ein Vorurteil ist, ganz oft sind so, oftmals wird alter Wein einfach in neue Schläuche gegossen und dann wird er als neu und besser und all sowas gemacht. Und ein Offline-Seminar wird eins zu eins in die Online-Welt transportiert. Sorry, das geht nicht, das passt nicht. Denn Offline ist nicht gleich online, sondern es bedarf nach stellenweise anderen Transferleistung. Also sollte ich mich als Kursersteller mit der Online-Didaktik auseinandergesetzt haben. Denn die Online-Didaktik ist leider etwas anderer als die Offline-Didaktik. Und die Methodik ist eine andere. Es ist anders, wie vermittle ich was. Das ist schon ganz anders als in einem reinen Präsenz-Seminar. In der Offline-Welt. Und es bedarf eines anderen Trainer-Light-Fahrens, weil ich hier ganz andere Parameter berücksichtigen darf. Die Gruppendynamik ist stellenweise eine ganz andere. Natürlich kannst du das auch ein Stück weit adaptieren aus der Offline-Welt, aber es passt nicht zu 100%. Und dafür möchte ich dich auch ein bisschen sensibilisieren. Und die Schwachstelle bei klassischen Online-Kursen ist auch ganz oft, die Umsetzung bleibt halt auf der Strecke. Und die wird von vielen großzügig mit einkalkuliert. Großzügig meine ich jetzt in dem Sinne, dass es zu ihrem Vorteil ist, aber nicht unbedingt zum Vorteil der Teilnehmer. Es kaufen zwar viele, aber ob der Kunde am Ende die Reise beendet oder nicht, ist egal. Für mich hat das so ein bisschen was wie so ein Fitnessstudio. Denn ich melde mich bei einem Fitnessstudio an und schließe ein Abo-Modell ab, egal zu welchem Preis und welches Fitnessstudio. Und sagen wir mal ehrlich, Anfang des Jahres bin ich top motiviert, gehe in das Fitnessstudio und denke mir, die Funde müssen purzeln, bis zum Sommer habe ich die tolle Figur. Dann gehe ich vielleicht auch noch motiviert hin, eine Woche lang, vielleicht auch noch die zweite Woche. Wenn es hochkommt, bin ich auch noch eine dritte Woche da. Aber dann wird es schon schwierig, dann kommt mein Leben einfach dazwischen. Und dann denke ich mir so, ja, ich könnte ja mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Ach ja, ich habe ja noch ein Abo vom Fitnessstudio. Ja, ach ja. Und das Kalkulieren, diesen Membership-Bereich, kalkulieren die Fitnessstudios auch großzügig mit ein. Denn sie haben da ganz viel von. Jetzt stell dir mal vor, mach mal das Gedankenexperiment. Und alle, die ein Fitness-Abo hätten und einen Membership-Bereich und die 24 Stunden in diese Fitnessstudios gehen, können prinzipiell sieben Tage die Woche, die würden das tun. Was glaubst du? Wie sähe es in dem Fitnessstudio aus? Ich würde mal sagen, die kommen dann ziemlich schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, wenn die nicht sogar gesprengt werden. Also kalkulieren die das ganz einfach mit ein. Es ist nicht denen ihr Problem, ob du fit wirst oder nicht. Und das ist auch so bei vielen klassischen Online-Kursen so der Fall. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich. Es gibt ganz viele Kurse, die aus reinem Videocontent bestehen. Und mittlerweile gibt es nicht mehr ganz so viele Kurse, die dann auch noch so straight into the face sind. Also so richtig direkt rein. Und dir den Content einfach durch banales Ablesen ihrer PowerPoints da präsentieren. Und wo du still sitzen musst und dann mach was draus. Ist mir egal. Konsumiere das Wissen. Aber Wissen ist nicht der entscheidende Punkt. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Und dieses Konsumiere, das hat so ein bisschen was für mich wie Schule zu tun. Und deswegen mögen viele auch nicht das Lernen. Weil wenn ich nur konsumiere, 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 ist das wie in der Schule. In der Schule war das auch immer so. Da hat der Lehrer dann gesagt, so wir lesen jetzt mal den Text, Texte raus, wir lesen den Text sowieso. Bli, bla, blub. Aber wenn wir mal auf die Neurodidaktik gucken. Dieses Lernen, auch das schulische Lernen, entspricht nicht der Neurodidaktik. Und ich plädiere halt dafür, dass das Lernen anders auszusehen hat. Da komme ich auch ganz besonders in einer der nächsten Episoden drauf. Und dieser Videocontent klappt halt meistens nicht, weil direkt ins Gesicht rein funktioniert nicht. Es nützt mir auch nichts, wenn er sich schön vor der Kamera hinsetzt und mir das alles erzählt. Da fehlt mir was. Der Transfer wird ganz oft nicht geleistet. Und ob ich dann in die Umsetzung komme oder nicht, ist demjenigen dann egal. Und aus meiner Sicht gilt das aber, den Teilnehmer zu fördern. Und das macht den Unterschied aus. The difference that makes the difference. Und dieser Videocontent löst ganz oft, oder diese klassischen Online-Kurse, lösen ganz oft ein ungutes Gefühl beim Kunden aus. Denn wie oft kommt das Leben dazwischen? Irgendwas passiert, was unvorhersehbar war. Und der Kunde kann einfach gerade nicht an dem Kurs in dem Moment weiter teilnehmen. Und dann frustriert er. Und dann versucht er, hinterherzukommen. Und versucht es irgendwie noch so da rein zu quetschen. In sein Leben zusätzlich. Und dann ist er immer mehr gefrustet, immer mehr gefrustet. Irgendwann lässt das dann sein, weil er nicht mehr hinterherkommt. Und was passiert dann? Er fühlt sich als Versager. Weil ihm im Grunde eine Illusion verkauft wurde damit. Und für mich ist eine reine Content-Vermittlung, ohne Transferleistung, wie sie in ganz vielen klassischen Online-Kursen stattfindet, nicht mehr state of the art. Es passt nicht. Die Welt hat sich ganz schnell weiterentwickelt. Und ich habe mal noch extra Studien rausgesucht. Also die meisten Selbstlernkundesse werden nicht beendet. Und das ist gut für den Verkäufer, aber schlecht für die Teilnehmer. Und die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer, die Zahlen stammen jetzt aus 2018, die Tendenz ist steigend. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von E-Learning betrug 2018 drei Minuten in Deutschland. Drei Minuten. Das mag bei dem einen mehr sein, bei dem anderen noch viel weniger. Und der Anteil von digitalen Lerninhalten betrug 2018 24,8%. Und das daraus resultierende Umsatzvolumen durch E-Learning war 2018 ca. 1 Million Euro. Und die Umsatzentwicklung von 2018 gegenüber 2017 lag da schon bei 9,7%. Und die Tendenz ist steigend. Und deswegen kann ich auch viele verstehen, die dann sagen, hey, höher, schneller, weiter. Und ich kann auch die Marketer verstehen. Unter Marketinggesichtspunkten, die sagen immer, die Arbeit ist ja dieselbe. Ob ich sie für einen mache oder für mehrere. So, Entschuldigung. Das ist egal. Die Arbeit ist die gleiche. Ja, prinzipiell hast du recht. Und im Grunde geht es denen auch immer um skalieren, 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 skalieren. Doch was heißt denn überhaupt Skalierbarkeit? Für mich heißt Skalierbarkeit mittlerweile so viele wie möglich erreichen, um den bestmöglichen Profit zu erlangen. Und zwar den bestmöglichen Profit für mich. In meine Tasche. Das ist so das, was ich ganz oft erlebe da draußen. Und danach schaue ich mir die ZDFs an. Also quasi die Zahlen, Daten, Fakten. Und dann drehe ich an den entsprechenden Stellschrauben. Sodass die Teilnehmerzahl steigt. Weil die Arbeit ist ja die gleiche, die ich geleistet habe. Und die investizierte Zeit von mir wird weniger. Also ich möchte mich irgendwann dann ganz daraus zurückziehen. So ist es ja ganz oft bei vielen Kursen. Und am Ende möchte ich überhaupt nicht mehr investieren. Also meine Zeit nicht mehr investieren. Sondern der Kurs soll sich als Selbstläufer selber bitte verkaufen. Na gut, ich schalte nochmal vielleicht ein paar Ads. Aber da kriege ich ja dann auch gesagt, wie ich mit dem Budget das Maximum raushole, damit sich mein Kurs verkauft. Und dann habe ich das Stichwort passives Einkommen generiert. Und das ist ja so einfach. Auch das mag für den einen oder anderen stimmen. Was ich bei Online-Kursen oder bei E-Learning sehe, ist, dass die freie Zeiteinteilung ist. Auch bei Selbstlernkursen oder gerade bei Selbstlernkursen. Also die Teilnehmer können sich das wirklich asynchron anschauen, wann immer sie es brauchen, wie sie es möchten und all sowas. Und das finde ich eine schöne Variante, wenn es zum Beispiel um Technik geht. Aber dann sollte auch der neueste Stand der Technik sein. Ich habe mir irgendwann mal einen Kurs gekauft für einen E-Mail-Marketing-Tool und der Kurs war veraltet. Ja, wer ärgerstet dich doch hinterher über das Geld? Also ich habe mich riesig geärgert. Da werde ich dann echt stinkig. Weil ich dann denke, ja super, das Geld hätte ich auch gut anderweitig investieren können. Und wo wir schon mal bei meiner Meinung sind, das war ja schon mal so gerade der Anfang von meiner Meinung, möchte ich da gleich weitergehen. Ganz oft wird ein Vehikel zur Problemlösung der Teilnehmer benutzt und den Kunden von A nach B zu bringen. Das ist, das ist ganz gut. Nur das Problem ist, ich stelle dem Teilnehmer und das machen ganz viele, ja, sie stellen dem Teilnehmer ein Vehikel hin. Sei es ein Fahrrad, sei es ein Skateboard, sei es ein Bus, sei es ein LKW, sei es ein Schiff, ein Flugzeug, die Bahn, was auch immer. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich meine mit Vehikel. Die stellen denen das also zur Verfügung und sagen, hier hast du die ganze Auswahl da, das ist die breite Palette vom Vehikel. B ist dein Ziel. Nimm dir alles der Vehikel und fahr nach B. Und das erlebe ich ganz oft. Das heißt also, ich habe zwar eine riesige Auswahl, aber klar, ich kann mich dann noch entscheiden, was ich nehmen will, aus welchen Gründen auch immer, entscheide ich dann, vielleicht auch etwas meinen Werten, die gerade entspricht. Aber da fehlt mir was. Für mich ist es so, ich möchte meine Teilnehmer nicht nur das Vehikel geben, sondern ich möchte auch das Navi sein. Egal, ob jetzt im Auto das Navi oder das Navi am Smartphone. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir eine gute Route zeigen, wie du zu deinem Ziel kommst, von A nach B. Und ich begleite dich von A nach B. Ich gebe dir nicht nur das Vehikel, sondern ich setze mich daneben. Ich bin dabei. Ich bleibe bei dir. Und wenn du im Stau stehst, stehe ich mit dir im Stau. Und wenn wir vor der Vollsperrung stehen, dann stehen wir beide vor der Vollsperrung und finden gemeinsam eine Lösung, wie du drum rumkommst und die Vollsperrung. Und wenn es dir mal nicht gut geht, weil du, was weiß ich, gerade aufgrund der Hitze oder aufgrund irgendwelcher Unterzuckerung oder so plötzlich einen Schwächeranfall kriegst, dann halte ich dir auch dein Patschehändchen. Weil ich bin neben dir. Und ich habe dir nicht nur das Vehikel zur Seite gestellt, sondern ich bin da. Und das würde ich mir von vielen Kursentwicklern wünschen, dass sie da sind, dass sie präsenter sind. Und ganz wird oft auch nur gesagt, ja, Mindset. Es fehlt nur an dem möglichen Mindset. Ja, Mindset ist wichtig. Weil das, was ich heute denke, das werde ich morgen erleben. Alles gut. Und mit den Gedanken von gestern muss ich heute kämpfen oder darf ich mich heute umgeben. Alles gut. Mindset ist eine Menge, aber es ist nicht alles. Und ja, ich möchte Mehrwert für die Teilnehmer erschaffen. und ich möchte auch einen größeren Mehrwert für die Teilnehmer erschaffen, damit sie den größtmöglichen Mehrwert für sich da rausholen. Es nützt mir nichts mit Marketingtricks, irgendjemand kurzfristig irgendwo hinzuziehen und am Ende einen enttäuschten Menschen da stehen zu haben, der das, was er versprochen bekommen hat, sich erhofft hat oder erwartet hat, das überhaupt nicht bedient wird. Und zwar in keinster Weise. In keinster Weise. Und das ist nicht meine Art, einen enttäuschten Menschen zurückzulassen. Ich weiß, ich kann sie nicht alle kriegen. Das ist in Ordnung. Aber es geht ja meistens hier nicht um einen enttäuschten Menschen, sondern um ganz viele. Und dieser Mensch kauft doch gar nicht mehr. Wenn du enttäuscht worden bist und zwar emotional enttäuscht bist, dann kaufst du nicht mehr bei demjenigen. und du möchtest auch nichts mehr von dem haben. Egal ob kostenlos oder in irgendeiner anderen Form. Vielleicht nimmst du dann noch das Kostenlose mit, weil du sagst, naja, es ist halt gratis. Aber auch das wollen viele gar nicht. Und was noch viel schlimmer ist, er empfiehlt mich nicht weiter. Ich bin im Prinzip, ja, ich erzeuge dadurch sogar noch negative Publicity für mich. Und ein Kunde, der zufrieden ist, erzählt es vielleicht ein, zwei, drei Kunden. Aber ein unzufriedener Kunde, der erzählt es ganz schnell weiter. Ganz schnell. Und zwar nicht einem, nicht zwei, nicht drei. Der erzählt es 15, 20, 25 Leuten weiter und sagt, brauchst du nicht hingehen, lohnt sich nicht. Also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und es geht ja darum, welche Erfahrungen hast du gemacht? Und das Vertrauen, was ich auch ganz oft ja mangelhaft finde bei vielen klassischen Online-Kursen, und es fehlt mir einfach die ordentliche Konzeptierung des Kurses. Es ist keine Online-Didaktik drin, die ist nicht berücksichtigt worden. Die passende Methodik, da wollen wir dann auch schon mal nicht drüber sprechen, die fehlt nämlich auch ganz oft. Welches Ergebnis ich daraus ziehe, ist demjenigen, der es erstellt hat, meistens total Wurst. Und es schafft nicht wirklich Wert. Und wenn es keinen Wert erschafft für die Teilnehmer, dann ist der Kurs nichts wert. Das mag jeder jetzt anders sehen. Der ein oder andere sagt, ach, ist mir doch egal, was die da rausziehen. Hauptsache ich habe die Kohle in der Tasche. Ja, aber das ist hier meine Sicht der Dinge. Und meine Sicht der Dinge ist, nein, das ist nicht meine Art. Und ich möchte einfach nur, dass der Kurs so konzipiert ist, dass am Ende keine enttäuschten Menschen dabei rauskommen. Weil das ist das beste Marketing, was ich haben kann. Wenn ich bei jemandem glücklich und zufrieden bin, den empfehle ich weiter. Da rede ich drüber. Da sage ich, hey, hier, komm. Und da komme ich auch vorwärts. Und die Teilnehmer kommen vorwärts. Und als Kursgeber komme ich auch vorwärts. Ich darf ganz viel lernen, ja. Und da sind wir dann auch schon bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kurses. So ein Kurs ist nicht einmal erstellt und dann mache ich nichts mehr damit. Für mich ist es so ein atmendes Individuum. Das bedarf ganz viel Liebe, ganz viel Fürsorge, auch Wertschätzung meinem Kurs gegenüber. Denn wenn ich meinen Kurs wertschätze, können den auch andere wertschätzen. Und wenn ich den mit Füßen trete, dann treten den wahrscheinlich auch andere mit Füßen. Denk mal drüber nach. Ich kann immer nur den bestmöglichen Stand der Dinge herstellen, der zu dem Zeitpunkt existiert hat. Entweder in meinem Kopf oder in dem, wie weit auch die Technik vorangeschritten ist. Aber die Technik entsehlt sich weiter. Also möchte ich auch, dass der Kurs sich weiterentwickelt. Dass er atmen kann. Dass ich nicht plötzlich einen Kurs kriege, der schon fünf Jahre alt ist und wo bisher keine Neuerungen drin sind. Also das gibt es bei mir in meinem Zoom-Kurs nicht. Wenn Neuerungen da sind, mit kurzer Hand, so habe ich es mir vorgenommen, so werde ich es auch durchziehen. Wenn Neuerungen da sind, werde ich die mit einpflegen. Und zwar sehr zeitnah. Sodass du immer, wenn du diesen Kurs, sobald der auf dem Markt ist, wenn du den gekauft hast, dass du immer den aktuellen Stand der Dinge hast. Weil es nützt nichts, wenn ich dir sage, ach so sah das mal aus und so war das mal. Da passiert viel in der Technik, ja. Aber dann bleibe ich auch am Ball. Und beachte auch mal die neurodidaktischen Kriterien. Weil wenn du da noch nicht so firm drin bist, dann hol dir Bücher. Hör dir Podcasts an. Schau dir Videos dazu an. An Content, auch zu neurodidaktischen Kriterien, fehlt es nicht. Zu dem Content komme ich aber gleich nochmal. Und nutze die Methodenvielfalt. Was meine ich damit? Mach nicht nur einen Videokurs. Setz dich nicht nur vor die Kamera und mach das. Und bitte, mach jetzt nicht auch noch, sag nicht nur, naja, ich habe ja noch ein Workbook dabei. Ja, gut. Also zumindest sind schon mal zwei Methoden bedient. Aber es gibt da viel mehr. Und guck, welche Methodenvielfalt zu dir passt. Um interaktives Lernen zu fördern. Und mach Gruppeninteraktion, sodass auch soziales Lernen gefördert wird. Ganz oft ist es ja so, dass auch soziales Lernen überhaupt nicht gefördert wird. Dafür brauchst du aber eine ideale Gruppengröße. Diese klassischen Online-Kurse. Da sind wirklich dann 50 Teilnehmer drin oder 100 oder 150 oder 200 oder 500. Geh nach dem, was das für ein Kurs ist. Also von daher, mach es auch mal abseits des Marketing-Gedankens. Und lass dich da nicht beirren, wenn das nicht dein Weg ist. Also lass dich da nicht von wegbringen. Du musst nicht über 500 Teilnehmer haben. Du musst auch nicht 200 Teilnehmer haben. Vielleicht reicht es auch eine kleine Gruppe, die du aber begleitest von A bis Z, weil du neben ihnen sitzt. Und skaliere dich um jeden Preis. Und überlege dir, was bist du bereit zu leisten? Was kannst du leisten? Und dann liefere 100%. Dann ist schon ganz viel geschehen und ganz viel hast du damit Gutes getan. Und lege eine gewisse Sorgfalt an den Tag. Bitte. Bau Ideen ein. Lass dich inspirieren. Leg eine Professionalität an den Tag. Nicht ganz perfektionistisch. Der Kurs muss nicht perfekt sein. Du kannst auch mal 5 gerade sein lassen. Du musst nicht 150% haben. Aber wenn du 100% lieferst, ist schon mal eine ganze Menge getan. Und jetzt komme ich auch zu dem Beispiel mit dem Content. Content, also Mehrwert, Wissen, gibt es kostenlos mittlerweile. In Hülle und Fülle. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Von 15 Jahren wollen wir gar nicht drüber reden. Ich habe 1994, habe ich jetzt mal festgestellt, mit dem Internet angefangen. Auf der Arbeit. Vorher hatten wir schon zu Hause einen Computer. Ja, aber das war ja, so Modem war ja noch. Egal. Da gab es noch nicht so viel Content. Da gab es noch nicht das ganze Wissen. Heute leben wir aber in einem Wissensüberfluss. Ich kann mir das auf YouTube reinziehen. Ich kann mir Podcasts anhören. Ich kann mir Bücher kaufen. Bücher kosten ja mittlerweile auch nicht mehr, ich sage jetzt mal, die Welt. Und einen normalen Videokurs, der lockt keinen mehr hinterm Ofen hervor. Und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele geben, wie du so einen Kurs aufwerten kannst. Indem du nämlich neben den Kursvideos auch Aufgaben gibst, damit das Gelernte gleich in die Praxis umgesetzt werden kann. Reflexionsfragen. Was war gut? Wovon mehr? Wovon weniger? Wie stehst du dazu? Konntest du das bisher Gelernte umsetzen? Dann helfen Live-Q&A's, also Fragen und Antworten. Und möglichst interaktiv, wie man es zum Beispiel über Zoom machen kann. Sodass du wirklich auf die Fragen eingehst. Welche Fragen habt ihr? Wo steht ihr? Wo kann ich euch abholen? Können wir zusammen das Navi neu justieren? Vielleicht hat sich der Punkt B ja auch das Ziel ein bisschen verändert. Aber lasst uns gemeinsam gucken. Und es gibt auch die Möglichkeit, Buddies an die Seite gestellt zu bekommen. Und zwar, die sich gegenseitig pushen, fördern und herausfordern auch. Und ganz oft, deswegen ist das ja auch in der Gaming-Szene so begliebt, die Leute messen sich an anderen. Und wenn ich feststelle, hey, Lissien Müller ist aber vielleicht schon ein bisschen weiter als ich, oder muss ich jetzt aber mal einen Zacken zulegen. Und dann tausche ich mich mit Lissien Müller auf und stelle fest, oh, Pipi Langstrumpf ist ja noch weiter. Ja, da muss ich gucken. Und das fördert auch manchmal so ein bisschen dieses Lernen, der spielerische Umgang auch mit dem Lernen. Und ein Buddy kann auch helfen, wo stehe ich denn? Wo stehst du? Wo hänge ich? Kannst du mir vielleicht helfen? Vielleicht kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe das gerade nicht so ganz verstanden. und gib mir mal bitte Feedback. Das schafft zusätzlichen Wert in deinem Kurs. Und manchmal ist es sogar sehr hilfreich, das habe ich jetzt auch schon von manchen Kursen mitbekommen, die gucken, wo die Leute postleitzahlentechnisch so zusammenwohnen und dann werden die sortiert, zusammengepuzzelt, sodass sie sich sogar live treffen können. Oder halt, wenn es gar nicht anders geht, ein Online-Treffen machen. Aber guck, dass du sowas vielleicht mit eingebaut bringst. Was auch nochmal deinen Kurs aufwertet, ist ein physisches Produkt. Und zwar, entweder schickst du den Leuten ein Workbook zu, also ein gedrucktes Workbook oder ein E-Book, je nachdem, wie der Teilnehmer auch das möchte. Aber das ist doch nochmal was ganz anderes. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, ein physisches Buch, bin ich total happy. Weil, ja, ich kann auch schön übers iPad lesen, das ist toll, aber mir fehlt die Haptik. Ich kann da nicht drin rumblättern. Ich bin halt noch so gestrickt ein Stück weit. Ich lese auch das ein oder andere Buch auf dem iPad, das ist auch ganz schön. Aber ich mag es einfach. Ich bin halt der Haptiker. Und dann überleg dir, ob du sowas machen kannst. Und wenn du kein Workbook machen kannst, dann mach es vielleicht mit was anderem. Eine Kollegin von mir schickt den Teilnehmern zu Beginn ihres Kurses so ein Skalenlineal, einen Stein mit zur Abfrage, wo sie denn gerade stehen. Das finde ich eine super Sache. Ich habe was. Ich erinnere mich daran. Und das ist es ja auch. Ich erinnere mich an diesen Kurs. Ich habe Mehrwert bekommen. Und genau sowas möchte ich dir auch an die Hand legen. Und eine Online-Community noch dazu zu machen. Oder, wenn es möglich ist, auch so Live-Events. Schaffe einfach zusätzlichen Wert. Mach eine zusätzliche Wertschöpfung auch daraus. Lass die Teilnehmer auch das Netzwerk stärken. Denn Gemeinsamkeit stärkt dieses Gefühl. Und dadurch kommt auch noch mal viel mit der Umsetzung zusammen, weil die sich austauschen können. Und der Austausch fördert auch wieder die Umsetzung. Und das ist das, was bei diesen klassischen Kursen halt ganz, ganz vielen fehlt. Und deine Aufgabe ist es in meinen Augen, also einmal jetzt hier zu gucken, was war für dich dabei, wenn du vorhast, in den Bereich E-Learning reinzugehen und du möchtest einen Kurs erstellen. Schaff ein Gefühl von einem hochwertigen Kurs. Und das schaffst du durch die Beispiele, die ich gerade genannt habe. Schaff dir ein Netzwerk an, damit der wahrgenommene Wert höher ist. Sorg für einen persönlichen Draht zu den Teilnehmern. Und das kannst du nicht, wenn du 250 Teilnehmer in dem Kurs hast. Weil da werden ganz viele untergehen. Also das ist meistens nicht möglich. Sorg für zusätzliche Komponenten in dem Kurs. Sodass der Teilnehmer auch wirklich sagt, hey, da bin ich richtig bereit, die Summe auszugeben. Gut, dann kostet der Kurs halt etwas mehr. Ja, aber dafür habe ich auch mehr am Ende davon, weil ich in die Umsetzung gekommen bin. Und du kannst auch ein Pro-Angebot schaffen, zum Beispiel exklusive Beratung mit dir. Schaffe den bestmöglichen Rahmen für deinen Kurs. Und der bestmögliche Rahmen ist persönliche Betreuung, Kompetenz in der Plattform auch zu haben. Weil das erlebe ich auch ganz oft. Dann wird was benutzt. Und dann komme ich aber nicht damit zurecht. Also guck, dass du darin auch besser und besser wirst. Mit jedem Mal immer besser und besser wirst. Und schau dir an, analog zu digital. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du kannst auch eine zweite Kamera benutzen. Das ist auch schon mal viel wert. Ein Perspektivwechsel. So wie du es ja im Seminar auch machst. Wo du dann nicht immer vorne stehst und die Beschallung von vorne erfolgt. Sondern da wechselst du ja auch schon mal deine Position. Mal bist du mehr rechts, mal bist du mehr links, mal bist du mehr in der Mitte, mal bist du vorne, mal bist du hinten. Oder hinter den Teilnehmern, auf der anderen Seite. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und sorg auch für eine konkrete Positionierung für den Kurs. Für wen ist der Kurs genau? Wenn du einen Kunden-Avatar hast, also du hast dir schon mal überlegt, wer deine Zielgruppe ist. Dann pack das mit drauf. Damit jeder weiß, ah, ticke ich genauso oder so ähnlich. Und passt das für mich oder nicht? Und wenn es nicht passt, dann kauf dir halt woanders. Aber dann sei zufrieden und lass ihn gehen. Muss denn wirklich immer jeder bei dir kaufen? Möchtest du jeden bedienen? Es gibt ja diesen Spruch, everybody's darling, everybody's step. Und wenn du ein paar Ecken und Kanten schon zeigst, weiß derjenige, ah nee, da passe ich doch lieber nicht zu. Oder? Hey, genau dazu passe ich. Super, ich fühle mich hier voll abgeholt. Das ist es ja auch. Und das ist vollkommen okay, wie es ist. Kreiere Szenarien, und zwar konkrete. Mit ehrlichen Empfehlungen. Bitte keinen Bullshit. Mach null Bullshit. Stell auch bitte null Bullshit auf deine Webseite, auf deine Verkaufsseite. Oder wenn du es in einem Webinar verkaufst. Sag offen und ehrlich, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Und dann kann der Kunde entscheiden, ja oder nein. Passen wir oder passen wir nicht. Das ist viel besser, als wenn der dann am Ende da steht und sagt, ja, ich habe ihn gekauft, den Kurs, aber ich kriege jetzt was ganz anderes. Und der Verkauf sollte auch nicht im Vordergrund stehen. Das ist mir auch ganz wichtig. Also der Verkauf sollte nicht vergessen werden. Das ist auch wichtig. Du sollst verkaufen, weil vom Verkauf leben wir alle. Und wir verkaufen uns jeden Tag. Meine Kinder verkaufen mir jeden Tag, warum sie denn unbedingt mit Alexa sprechen wollen. Um zum Beispiel Bibi und Tina zu hören. Also verkauft wird immer. Und das ist auch gut so. Wenn du da Schwierigkeiten mit hast zum Thema Verkaufen, dann schau dir an, wo ist es und warum ist es, damit du das verstehst und abbaust. Es geht wirklich nicht darum, um das in den Vordergrund zu stellen. Aber bitte vergiss es auch nicht. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du am Ende dann feststellst, ach ja, eigentlich wollte ich ja die Leute darauf aufmerksam machen, dass es einen Zoom-Kurs gibt oder dass ich ein Buch habe oder irgendwie sowas. Also mach das schon. Aber auf deine Art und Weise. Und hör nicht auf die ganzen Marketer, die dir draußen erzählen wollen, wie es funktioniert. Ja, es funktioniert für sie. Und sie verkaufen Träume. Da draußen herrschen ganz viele Träumeverkäufer. Du sollst kein Träumeverkäufer werden. Und für mich ist es wichtig, dass du es auch, vielleicht auch für dich als wichtig erachtest, dass die Umsetzung in den Vordergrund steht. Der Fokus sollte bei der Umsetzung liegen, dass deine Teilnehmer wirklich was davon nehmen, wirklich zufrieden sind. Wenigermaßen, aber dafür klasse. Und diese Klasse empfiehlt dich weiter. Und gib auch etwas preis, was vielleicht ein Nachteil für dich sein kann. Aber das baut Vertrauen auf. Und dadurch wirkst du auch authentisch. Weil die Leute dann feststellen, hey Mann, guck mal, sie steht da und dafür. Wow, super. Und kommuniziere auch dein Warum. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Start with Why. Wenn nicht, guck es dir mal an. Es ist ein ganz tolles Buch. Warum machst du das? Möchtest du vielleicht die Welt verändern? Die Welt zu einem besseren Ort machen? Dann sag das. Damit die Leute das wissen. Vielleicht haben sie die gleiche Wertvorstellung wie du. Und dein Warum kann auch ansteckend wirken für andere. Was ist denn die Mission? Und dadurch baust du auch Vertrauen auf. Trust. Und das wollen wir doch. Und liefer zuerst die Benefits. Was haben deine Teilnehmer konkret davon? Wenn sie das Produkt bei dir kaufen, haben sie vielleicht ein Netzwerk davon. Momentum. Klarheit. Können sie was aufbauen? Egal was es ist. Und danach kommen dann die Features. Nicht die Features. Die Features. Wie machst du das konkret? Was bekommt dein Kunde von dir? Was hat er von dem Kurs? Woran bringt es deinen Kunden weiter? Und was erwartet dich genau? Und da ist besonders wichtig das Wie. Und das wird ganz oft vergessen. Das steht zwar dann toll auf diesen Landingpage, also auf diesen Verkaufsseiten drauf. Aber wenn du den Kurs vergleichst mit dem Wie, dann passt das. Oder du vergleichst den Kurs da mit der Verkaufsseite. Und da stand noch das Wie drauf. Und das Wie fehlt dir dann in dem Kurs. Dann ist das schade. Und du punktest mit Inhalten und nicht mit dem Rahmen. Du brauchst den Rahmen. Aber ein teures Bild lebt auch nicht davon, dass es in einem schönen Rahmen ist. Vielleicht ganz alte Gemälde. Ja. Aber der Rahmen ist doch eigentlich das uninteressante Rahmen im Bild. Wichtig ist doch das gemalte Bild. Und so sehe ich das auch. Der Fokus sollte auf den Inhalt liegen. Natürlich kannst du danach auch noch den Rahmen beschreiben. Solltest du sogar. In von mir aus auch blumigen Farben und Sprache. Was auch immer. Aber was bedeutet das dann konkret? Und liefere am besten auch Beweise dafür. Und es gibt Menschen, die lassen, machen gerne so Evergreen-Kurse. Also die Evergreen heißt, die sind jederzeit offen. Oder Evergreen-Webinare. Also jeder kann jederzeit einsteigen, kann sich das anschauen. Aber das Mehrwertgefühl geht dabei flöten. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast. Bei so einem Evergreen-Kurs, der also ständig neu gekauft werden konnte. Und jederzeit konnte jeder einsteigen. Da ging so ein bisschen das Mehrwertgefühl verloren. Weil viele es nicht schaffen, da noch mal so ein bisschen die Individualität mit reinzubringen. Und wenn dir das gelingt, ist das toll. Dann kannst du auch Evergreen machen. Wenn dir das nicht gelingt, dann lass es lieber sein. Denn dann mach lieber eine Deadline. Und kommuniziere die Deadline auch. Dann schaffst du ein Gruppengefühl. Damit kannst du dann Resultate erschaffen. Wenn du die Deadline gesetzt hast. Und sagst, hey, den Kurs kannst du nur bis zu dem Zeitpunkt kaufen. Und danach ist Closed Card. So wie es bei den Marketern oft heißt. Also Open Card ist, du kannst einsteigen in dieses, in den Kurs. Und Closed Card ist, also bis dann und dann ist halt der Kurs geschlossen. Und dann kannst du erst wieder zum neuen Durchgang einsteigen. Aber sorg dann auch dafür, dass du Testimonials kriegst. Am besten mit Videotext ist auch cool. Liefer dieses Mehrwertgefühl. Und das soll auch immer rüberkommen. Und vielleicht empfiehlt dich auch der ein oder andere Kollege und sagt, hey cool, den Kurs habe ich ja besucht bei dir. Komm, ich empfehle dir deinen Kurs weiter. Oder ich empfehle dich aus den und den Gründen. Und das kannst du mit draufschreiben auf so eine Seite. Und gib auch so eine Geld-zurück-Garantie. Ich habe jetzt gehört, der Tim Ferriss hat so Lose-Win-Garantie. Also so eine Lose-Win-Garantie. Und ganz oft hast du es ja schon zu finden, dass die Leute sagen, naja, du kriegst 100% wieder zurück, wenn du nicht zufrieden bist. Das ist toll. Aber der Kunde ist dann immer noch so ein bisschen, naja, aber ich habe jetzt meine Zeit hier investiert und naja, also jetzt. Lass das Minus nicht bei deinen Teilnehmern, sondern überleg dir was, ob du nicht das Risiko komplett auf dich nimmst, wenn du das möchtest oder wenn du diese Einstellung auch hast. Damit der Teilnehmer nicht das Gefühl hat, okay, die Zeit war kostenlos, die ich investiert habe, sondern gib ihm vielleicht noch ein bisschen was. Und das kannst du machen, indem du dann sagst, hey, okay, komm. Wenn dir der Kurs nicht gefallen hat, kriegst du von mir 111% oder 120% oder 110%, je nachdem. Also du kriegst noch mehr von mir wieder, wenn der Kurs dir nicht gefallen hat. Dann sagen viele, oh, das ist ein No-Brainer, also da brauche ich nicht drüber nachdenken. Wenn es mir nicht gefällt, kriege ich ja sogar noch Geld raus. Ja, ich weiß. Es gibt jetzt wieder den einen oder anderen, der sagt, ja, aber das nutzen manche bestimmt aus. Ja. Aber wenn du mit der Einstellung dran gehst, dann wirst du wahrscheinlich auch das kriegen, was du gerade denkst. Also überleg es dir gut. Und es gibt auch viele Kollegen, die sagen, weißt du was, wenn der Kurs dir nicht gefallen hat, behalt ihn einfach. Ich schenke ihn dir. Du kriegst das Geld sogar noch von mir wieder. Aber behalt den Kurs. Ich bin nämlich überzeugt von meinem Kurs und das möchte ich, dass du überzeugt bist von deinem Kurs. Liefer Fragen und Antworten, die möglichst nah an deine Zielgruppe sind. Erstell so einen Fragenkatalog. Welche Fragen kommen typischerweise? Was interessiert die Zielgruppe? Und bei Fragen biete an, dass sie dich anrufen können oder dass sie dir eine WhatsApp-Nachricht schicken können. Da kannst du dir ein extra Telefon für anschaffen. Das muss ja nicht dein normales Telefon sein. Also dass du da Support lieferst oder die sollen dir eine Message schreiben über Facebook oder auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die du überlegen kannst. Bei Skype könntest du jetzt zum Beispiel da deine Skype-Nummer reingeben. Hey, wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich über Skype. Bei Zoom könntest du sagen, hey, ich habe dann und dann habe ich eine offene Fragerunde. Wenn du Bock hast, kommst du halt dazu und ich kann es mir dann deine Fragen stellen. Das ist die Zeit, das Zeitfenster habe ich, weiß ich, montags von 9 bis 10 Uhr plane ich ein und wenn du Fragen hast zu dem Kurs, dann kommst du da hin. Hier ist der Link. Dann stellst du dir da deine Fragen. Das hilft, weil das liefert auch Mehrwert. Das machen nicht viele. Und je höher der Preis ist für das Produkt, was du anbietest, umso länger sollte auch deine Verkaufsseite sein. Und bitte, das ist das, was ich beim Marketing ganz oft, ganz verstörend finde. Die machen so Instinkt-Marketing. Da wird mit der Gier und der Angst der Menschen gehandelt. Damit wird dann wirklich Gier und Angst, entweder die Gier gefördert oder Angst produziert. Das ist so ein bisschen wie Versicherungen immer über Ängste verkaufen. Wenn du einen Hund hast zum Beispiel, gibt es jetzt eine extra Versicherung für den Hund, falls dem kleinen Liebling mal was passiert. Ich bin gespannt, wann die Katzen die Papa dran sind. Ja, als Eltern kriegst du immer gesagt, Mensch, sichern sie doch die Zukunft ihres Kindes ab. Sie wissen ja nie, was mit ihnen passiert. Sie wissen nie, was mit ihren Kindern passiert. Aber dann sind sie schon mal abgesichert. Aus versicherungstechnischer Sicht ist das gut, aber es soll im Prinzip nur eins fördern, meine Angst. Meine Angst vor der Zukunft, die ungewiss ist. Und für mich ist es aber viel wichtiger, und dafür stehe ich auch, für Entwicklungsmarketing. Nämlich mit Wertschätzung und mit Wertschöpfung. Sodass du Wertschätzung kriegst von mir, ich meinem Kurs auch gegenüber Wertschätzung geben kann. Und Wertschöpfung, sodass du was da rausziehen kannst für dich und ich auch für mich rausziehen kann. Ganz klar, aber anders. Und überlege dir, und deswegen bin ich auch zu dieser Podcast-Episode gekommen. Meine Kollegin Iris Komarek hat einen Blogartikel geschrieben. Online-Kurse und Online-Seminare. Und überleg dir dein Wording. Ich habe dir die ganzen Begrifflichkeiten, die da draußen so herrschen, schon mal genannt. Wofür stehst du, wofür stehst du nicht? Und bei ihrem Artikel hat sie auf dieses klassische Online-Kurs-Erstellung abgezielt. Und mach es deinem Kunden wirklich leicht. Was bekommt er oder sie bei dir? Auch im Wording. Und dann kann er entscheiden, ob er bei dir kauft oder nicht. Und dann ist es egal, ob da steht ein Online-Kurs, ein Online-Seminar, ein Online-Training oder was auch immer. Überleg es dir. Wofür stehst du, wofür stehst du nicht? Damit die Kunden wirklich genau sehen, passt zu mir, passt zu mir nicht. So, wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Mir hat die Episode ganz viel Spaß gemacht, auch die Recherche dazu. Da werde ich aber nochmal in der nächsten Podcast-Episode was zu sagen, weil ich nämlich jetzt für mich auch ein paar Erkenntnisse gezogen habe. Also, ich möchte dich aber noch auf etwas, bevor jetzt hier gleich Schluss ist, auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Und zwar findet am 27.09. von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts bei meiner lieben Kollegin Iris, den Blogartikel verlinke ich auch und ich verlinke auch das, was ich jetzt sage, findet ein Webinarathon statt. Das ist also eine Mischung zwischen Webinaren und Marathon. Deswegen von 17 bis 1 Uhr. Da sind ganz viele tolle Kollegen, unter anderem ist auch Franz mit dabei, Markus Thierrock ist dabei, die Barbara Messer ist mit dabei, also die Eva ist dabei, die Annette ist dabei. Schau einfach auf die Seite einfach mal drauf. Ich war letztes Jahr als Slotgeberin mit dabei, diesmal bin ich als Teilnehmerin dabei und ich werde auch einen Podcast darüber machen, was sind meine Learnings aus dem Webinarathon. Und was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Also von daher, aber melde dich an, auch wenn du nicht dabei sein kannst, denn es gibt eine Aufzeichnung, soweit ich weiß. Also von daher, auch da lohnt es sich. Und vielleicht hast du dann ja auch schon dir Gedanken darüber gemacht, über das Wording, welches du benutzen möchtest. Und achte nochmal drauf, wer ist das Wording, die Leute benutzen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast auch hier wieder ganz viel für dich rausziehen können. In diesem Sinne, bis demnächst in deinem Ohr. Deine Mareike. Hat dir der Podcast gefallen, dann empfehle ihn gerne weiter und hinterlasse uns bei iTunes deine Fünf-Sterne-Bewertung. Mehr Informationen, Tipps und Tricks von deiner Gastgeberin findest du im Internet entweder in der Facebook-Gruppe oder auf www.lerncoaching-podcast.de. Bis dann!